Ich bin Volker Habermeyer, bin in Ludwigsburg bei Stuttgart geboren, bin gelernter Deutsch- und Geschichtslehrer. Ich habe die Hälfte meines Lebens in einer Heimat verbracht und die andere Hälfte in einer anderen. Ich habe zwei Heimaten. Das Schwäbische in mir, das ist meine Sprache bis heute. Das Alemannische spreche ich bis heute nicht. Ich wurde vor Jahren gebeten, in den Beirat, ins Präsidium des Hebelbundes zu gehen als Beirat. Und daraus hat sich dann eine Vizepräsidentschaft und seit einigen Jahren eine Präsidentschaft ergeben. Das bedeutet, dass wir Vorträge haben, dass wir Autorenlesungen haben. Da bin ich vor allen Dingen als Veranstalter literarischer Begegnungen des Hebelbundes tätig. Das ist eine Reihe, die habe ich so konzipiert. Und in diesen Veranstaltungen bemühe ich mich immer, Einführungen zu geben, die voraussetzen, dass ich einen Teil dessen gelesen habe, was die Eingeladenen schreiben. Da geht es mir darum, einen roten Teppich auszulegen. Da geht es mir darum, dass ich den Menschen, die kommen, klarmache, warum es jemandem wert ist, dass man ihm zuhört. Mit dem Dreiländermuseum in Lörrach, da sind wir zu Gast. Aber wir sind eben nicht nur zu Gast, sondern wir sind auch Kooperationspartner. Denn wir stimmen unser Programm auf das ab, was das Haus dort macht. Dann hat sich vor allen Dingen auch die Berufung in die Hebelpreisjury des Landes Baden-Württemberg ergeben. Das ist die eine Tätigkeit. Die andere Tätigkeit, das ist die in der internationalen Schopfheimer Mundart Literaturwerkstatt. Da kommen Mundart Autoren aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Was mir bei Mundart Literatur wichtig ist, das ist eins, die muss einfach gut sein. Die Arbeit mit der Literatur beschränkt sich nicht nur auf die Mundart Literatur, beschränkt sich nicht nur auf den Umgang mit der Literatur Jan-Peter Hebels und seiner Epoche, sondern schaut weit darüber hinaus. Bei meiner Arbeit in der Literaturvermittlung, da spielt auch eine Rolle, dass ich in Literatur schon immer gelebt habe. Das heißt, Heimat ist für mich immer auch ein geistiger Raum, in dem ich mich auskennen will, den ich lesen können will. Und dazu muss ich mein historisches und mein literarisches Rüstzeug rausholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017